Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an Alle Chikos und Chikos aus draußen Der Skyline ist am Start gelaufen So werden keine Runde Let's Play Naruto Shibuden Ultimate Ninja Storm 2 Und ich bin froh, dass ich jetzt eigentlich wieder aufnehmen kann Weil den 2. habe ich es versucht aufzunehmen Weil ich am 1. eine 42 Minuten Folge hochgeladen habe Ich erhält Und damit keine Folgen mehr dementsprechend hatte Habe ich also jetzt endlich hier Ja, wollte ich es gestern machen Also den 2. Und Die Turnsports versagt Die ganze Zeit hatte ich nur eine scheiß Quali gehabt Und das wollt ihr euch natürlich nicht antun Ich habe da mal ein anderes Video nämlich gerade gemacht Die Entschädigung, dass ich so viel Scheiße gebaut habe in letzter Zeit Und Ja, total doof Er hat natürlich ein Kumpel mir gerade geschrieben Alles untergefallen Live-Scheiße Ich freue mich tierisch So Halt mal hier Ihr könnt live dabei sein, wie ich meinem Kumpel sage, dass ich gerade ein Let's Play mache Hi Kumpel, ich mache gerade ein Let's Play Er wollte mir gerade eine Sprachnachricht senden, dieser Arsch Äh Ja 4 nach 6 sollte passen Ja Dann bis später, tschüssen So Das haben wir geklärt Seid ihr mal live dabei gewesen Der Reppi am Stüssel Ähm Ja So weit, so gut Jetzt habt ihr die ganze Entschädigung gehört Und wir Starten jetzt sofort Spiel an Göttlicher Schmerz Pain taucht bald zu nahe auf Entdeckt, dass Naruto sich nicht in Konoha auffällt Und verschwindet wieder Er hinterlässt lediglich die Nachricht Fühlt den Schmerz Äh Schwierige Distanzangriffe Okay, wir sind hier Sakura Schön mit, äh Shikamawa unterwegs Ich prüfe dieses Gebiet Such du anderswo, Sakura Ich suche Äh, äh, äh Ich suche da Konoha Akura ist doch Hinter den Blättern Oh ja, es geht gerade hier richtig zur Sache Pain hat ordentlich einen auf die Fresse gegeben Wie ihr in den letzten 42 Minuten Folge sehen konntet Total toll Schonade Wie ihr in die Welt Tschüss Haute Wie ihr schrägt Cuz Wie ihr in den Helm Gehe, Herr Tensei! Oh, shit. What? You're lying, right? What? What is this? Iruka, Shikamao and Hinata. I'm going to... I'm going to come here. I'm going to... Naruto! I'm going to come here! Please! Naruto! I'm going to come here. The boss is in the house, bitch! You're a big fan of me. You're a big fan of me. You're a big fan of me. I'm going to come here. You're a big fan of me. Wer das gemacht hat, ist klar, dass ich mich in der Hand von Zyraia fühle mich, wenn ich mich in der Hand von Zyraia fühle mich, wenn ich mich in der Hand von Zyraia fühle mich. Können, wo ein Angriff stattfinden, dass man ihn halt so nicht treffen kann. Ansonsten wüsste ich nicht, was Rinnengarn für eine Macht haben soll. Und warum stehen noch so viele Häuser hier? Okay, Kiba? Ah, was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Naruto-kun ist... Naruto-kun ist wieder zurück in Konoha. Naruto-kun ist wieder zurückgegangen. Ich bin bald gekommen. Das ist das Wunscher. Das Wunscher ist ein Wunscher. Aber es ist ein Wunscher. Das ist ein Wunscher. Das ist ein Wunscher. Das ist ein Wunscher. Kiba-kun, Shino-kun, auch noch die Leute! Nein, das ist das Wunscher. Was ist das Wunscher? Was ist das Wunscher? Was ist das Wunscher? Ich habe die Leute in Konoha-kunser erleben. Ich konnte ein bisschen nachdem, dass es keine Wunscher war. Das sind die Leute, wie sich das Wunscher zu verstehen. Wie ich sieh'n ... ? Ich habe das Wunscher. Ich habe das Wunscher, ebenso ein Wunscher. Und zwar wird also beimenschen. Ich habe mich nahe, wie wir die Wunscher. Ich habe keine Wunscher. Dann versucht es auch Ihr Wunscher. Wir sind einfach die BADASS MOTHERFUCKER Wir sind einfach die BADASS MOTHERFUCKING SHIT hier Oh yeah Wow Wir sind die BADASS MOTHERFUCKING SHIT hier Wir sind die BADASS MOTHERFUCKING SHIT hier Wir sind die BADASS MOTHERFUCKING SHIT hier Wir sind die BADASS MDREN Ich bin die BADASS MIR Ja, ich bin die Ableiten bei meinem MDREN Ich bin die BADASS MDREN Wir sind die BADASS MDREN Ich werde das BADASS MDREN Der Mensch ist nicht zu verstehen, was es nicht wahr. Er ist nicht so schön, als wir die ganze Zeit nicht zu verletzen, sondern du bist in der Erste. Die Kirchen-Klecher sind alle, das ist nicht ungegenwt. Nein, ich bin der Herr-Klecher, ich bin der Herr-Klecher, ich bin der Herr-Klecher, ich bin der Herr-Klecher, ich bin der Herr-Klecher! Ich bin der Herr-Klecher, come die ich nicht zu verletzen! Ja, wir sind bereit, mehr als bereit. Wir sind in Eremitenmodus und damit haben wir mehr als nur badass motherfucking Kraft von der Natur. Mutter Natur steht uns bei, aber ich fand den Kampf so an sich voll episch gegen, also der in filmmäßiger Reihe, der war richtig nice, ultimatives Jutsu und Erwachen nicht einsatzbar gegen alle negativen Statuseffekte. Wir werden erstmal... Ja, du blöder Pissnake-Arsch! Fresse jetzt! Piss dich! Piss dich! Hoppera sind gerne am Arsch, Digga! Keine Ausweichmöglichkeit, nee! Piss dich! So, das kannst du vergessen, ich kann auch so viele Scheiß trinken, wie du! Was warst du denn jetzt? Boah, ist da gut ausgewichen, Digga! Dem könnte er aber nicht ausweichen! Boah, da im richtigen Moment! Das war nice! So, jetzt komm her! Scheiß Kerl! Wir verlieren viel zu viel Energie, Alter! Scheiße! Scheiße! Sie sind nicht enorm, Infios oder jetzt? Hm, oh...! Oh Mann, das ist sch pocketvolles Scheiß! Ich werde nicht Orleans-Aber«, ich bin kranker geworden, wenn du Arsch hearah stehst und alles gesprungen! Nato sollte außerhalb bleiben. Ah fuck it. Ah fuck it. X-Punk-Zone. 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 Die Kraft des Neunschwänzigen ist auf deiner Seite. X-Punk-Zone. 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 Vielen Dank.